In diesem Video zeige ich dir jetzt, wie du auf der Social Media Plattform Xenzo Geld verdienen kannst, welche Verdienstmöglichkeiten es hier gibt. Die sind einzigartig, die sind aus meiner Sicht sehr, sehr gut und sehr, sehr professionell aufgebaut. Xenzo ist derzeit noch eine etwas unbekannteren Social Media Plattform, ist sehr ähnlich wie eine der bekanntesten, welche brauche ich nicht sagen, ist auch vom Aufbau sehr, sehr ähnlich, wie man sie eigentlich sieht. Wenn du dich in deinen Account eingeloggt hast, dann siehst du diese Oberfläche, dann gehe ich mal auf mein Profil, also hier sieht man mein Profilbild. Ich scrolle hier jetzt einmal ganz runter. Also vom Posten her ist es auch sehr, sehr ähnlich wie eine andere Plattform. Und hier so funktioniert es. Hier unten einmal auf diesen Button klicken, so funktioniert es. Und hier kommen wir jetzt zu den Verdienstmöglichkeiten. Das bitte ganz genau durchlesen und daran halten. Ich will nur auf die wichtigsten Punkte hier eingehen. So hier noch einmal kurz beschrieben. Du bist auf Social Media Plattformen wie Facebook etc. unterwegs und hast bisher noch kein Geld verdient. Du bist auf der Suche nach einer Möglichkeit, ein dauerhaftes, passives Einkommen zu generieren, das regelmäßig Provisionen für dich abwirft. Und das ist hier wirklich möglich auf Xenzu. Die Möglichkeiten, Provisionen zu erhalten, sind hierbei sehr vielfältig. Die Anmeldung ist kostenlos. Und die Provisionen entstehen im Grunde, während du mit Freunden chatterst, Beiträge teilst, kommentierst oder likest. Wie kann man bei Xenzu verdienen? Bei Xenzu gibt es eben folgende Möglichkeiten, um Provisionen zu erhalten. Es gibt erstens den Social Media Bonus. Diesen Bonus erhältst du jedes Mal, also täglich, wenn du dich in deine Account einloggst und aktiv dabei bist. Das heißt also zum Beispiel liken, teilen, posten oder kommentieren von Beiträgen. Dann verdienst du schon dabei zwar nicht viel, aber dennoch, es ist eine Möglichkeit. Und die genaue Berechnung möchten wir natürlich nicht offenlegen, um ein normales Nutzerverhalten nicht zu beeinflussen. Das ist auch verständlich. Dann der Activity Bonus. Zu Beginn jeden Monats werden alle erzielten Werbeeinnahmen des Vormonats addiert und an die aktiven Mitglieder bei Xenzu aufgeteilt. Und als aktives Mitglied sind alle Mitglieder, die innerhalb der letzten 30 Tage mindestens an 10 unterschiedlichen Tagen eingeloggt waren und ein Profilbild hochgeladen haben. So und hier gibt es eben die Verdienstmöglichkeiten. Hier ist die Berechnung der Verdienstmöglichkeit. 80% aller Werbeeinnahmen eines Monats bei Xenzu werden durch die Anzahl aller aktiven Mitglieder, die Betonung liegt wirklich auf aktive Mitglieder dieses Monats, dividiert. Jeder aktive User erhält dann 5% dieses Beitrags, sowie 5% dieses Beitrags für alle aktiven Mitglieder seiner Downline. Maximal sind 10 Ebenen tief. Also die Downline hat 10 Ebenen und da kann man schon einiges verdienen. Und hier ist ein Beispiel noch genannt. Angenommen Xenzu steht er 30.000 Dollar im Monat aus an 30.000 Mitglieder. So erhält man pro Mitglied 5% von 80 Cent. Das sind 4 Cent bei dieser Matrix. Kann man hier sehen, was dann letztendlich verdient werden kann. Also so uninteressant ist die Seite wirklich nicht. Und man kann hier natürlich erstens Freunde finden, Partner finden, Kunden finden und so wirklich sein Netzwerk aufbauen in jeder Hinsicht. In Freunden, in Business, wie auch immer. Und so funktioniert es. Also im Prinzip funktioniert es gleich wie bei Facebook zum Beispiel. Nachdem du dich kostenlos registriert hast, füllst du eben dein Profilbild aus, lädst dein Profilfoto hoch und dann tust du eben Nachrichten schreiben, posten, liken, Freunde einladen, Mitglieder werben und chatten. So, wie kann ich Mitglieder für Xenzu werben? Das Werben für Mitglieder für Xenzu hat den Vorteil, dass sich deine Download schneller aufbaut und du natürlich dadurch schneller Provisionen verdienen kannst bzw. Provisionen erhältst. Du kannst natürlich deinen RefLink überall bewerben auf allen anderen Social Media Plattformen, auf Werbeplattformen, auf deine Liste, in Skype, wo auch immer, auf deinem Blog. Alle Möglichkeiten, deinen RefLink bewerben und nicht vergessen, beim Werben auch den Bonuscode für den neuen User mitzuschicken. Der bekommt ja auch seine 2 Dollar als Einstiegsbonus und diesen nie vergessen mitzuschicken. Ich schicke hier den Werbelink per Mail an deine Freunde, also die Interesse daran haben, an Xenzu beizutreten. Und hier steht jetzt noch einmal der Gutscheincode und im Backoffice ist dieser zu finden. Wir können diesen mitkopieren und gemeinsam mit dem RefLink verschicken, damit wirklich der neue User dann auch den Bonus bekommt und das gleiche dann eben weiter so duplizieren kann. Kurz noch, wo finde ich jetzt noch einmal den Gutscheincode? Ich gehe noch einmal kurz zurück. Dazu müssen wir ins Backoffice gehen. Hier rein. Und hier findest du noch einmal, oder hier befindet sich mein RefLink und auch der Gutscheincode. Der Gutscheincode eben über die 2 US-Dollar. Also es sind hier wirklich einzigartige Möglichkeiten, aktiv zu sein. Man kann hier werben, man kann hier Werbung schalten, man kann hier Freunde finden, Partner finden, Vertriebspartner finden für dein Business. Social Media Plattformen sind eines der wichtigsten Plattformen überhaupt schlechthin. Und man kann hier wirklich nebenbei noch gut verdienen. Was willst du noch mehr? Das soll es nun schon wieder gewesen sein für diesen Teil auf dieser Plattform, für die Verdienstmöglichkeiten. Den Link für diese Social Media Plattform findest du wie immer unter diesem Video. Hat dir das Video gefallen, na dann einen Daumen nach oben. Wenn nicht, ist es natürlich auch in Ordnung. Und wenn du immer am letzten Stand sein willst, abonnier einfach meinen YouTube Kanal. Dann bist du immer up to date. Also viel Spaß und viel, viel Erfolg.